Eine Firma, die über 121 Jahre alt ist, aber keine eigene Schriftidentität besitzt, da ist ein Teil der Seele eingemauert. Das sagt Stefan Büscher, Head of Marketing von Škoda. Deshalb hat sich Stefan Büscher dazu entschieden, dass ein neues Corporate Design her muss. Das KMS-Team in München hat dieses neue Corporate Design geliefert und jetzt könnte man sich fragen, wozu ein neues Corporate Design, weil Škoda ist die erfolgreichste Marke im Volumenbereich des Volkswagen-Konzerns. Der Grund? Škoda ist eine Vernunftmarke, aber keine Lovebrand. Eigentlich ist die Geschichte von Škoda die Geschichte von Aschenputtel. Wir erzählen diese Geschichte in der aktuellen W&V.